Hallo und herzlich willkommen zum Thema Schüßlersalze. Wir beschäftigen uns heute mit den Anwendungsgebieten, der Einnahme sowie der Zusammensetzung der 27 Tabletten. Nummer 1 Calciumfluoratum hilft bei Gelenkschmerzen, Krampfadern, Falten, Schwangerschaftsstreifen, Hämorrhin, Karies, Pilzbefall der Nägel, Hauterkrankung, zu viel Hornhaut, Schuppenflechte, verhärtete Apnopusteln und Hautrisse. Nummer 2 Calciumphosphorikum hilft bei Durchblutungsstörungen, nach Knochenbrüchen, Rückenschmerzen, Muskelkrämpfe, Nervosität, Haut, Juck und Alter, Menstruationsbeschwerden, bei blassen Frauen, bei Säuglingen, Wachstumsschmerzen, Schwäche, erschwerte Zahnbildung, Schmerzen und Krämpfe bei Zahnungsprozessen. Nummer 3 Ferrumphosphoricum hilft bei Entzündungen, Abwehrschwäche, Verbrennung ersten Grades, Konzentrationsstörungen, Gedächtnisschwäche, Muskelkater, Schnupfen, Husten, beginnende Mandelentzündung, Fieber. Nummer 4 Caliumchloratum hilft bei Bronchitis, Stockschnupfen, Übergewicht, Hautausschläge, Entzündung der Magen- und Darmscheimhaut, Erkältung. Nummer 5 Caliumphosphoricum hilft bei Schwächezustände, Körperlicher, Geistiger und Seelischer Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit, Krämpfe, Kreisrunder Haarausfall, Hyperaktivität bei Kindern. Nummer 6 Caliumsulfuricum Basismittel bei allen Haut- und Lebererkrankungen Schleimhautentzündung, Chronischer Schnupfen, Haar- und Nagelwachstumstörung, Wandernde rheumatische Schmerzen. Nummer 7 Magnesiumphosphoricum hilft bei Krampfhusten, Waren, Perionen und Gefäßkrämpfe, Zahnungs- und Bauchkrämpfe bei Kindern, Krampfwehen, Koliken, Muskelzuckung, Einschlafstörungen, Lampenfieber, Prüfungsangst, Schmerzstellen bei rheumatischen Schmerzen. Nummer 8 Natriumchloratum hilft bei rheumatischen Beschwerden, trockener Haut, Verstopfung, wässriger, beschleimiger Durchfall, Schwellungen, Zahnschmerzen mit Speichelfluss, Depressionen mit Weinerlichkeit, Hautausschlag mit Bläschen, wässrigen Inhalts, allgemeine Schwäche, Kräfteverfall. Nummer 9 Natriumphosphoricum hilft bei Verdauungsbeschwerden bei Kleinkindern, nach fettreichen Mahlzeiten, saurem Erbrechen, saurem Aufstoßen, Sodbrennen, Gischbeschwerden, sauerriechender Durchfall, Atembeschwerden wegen Asthma. Nummer 10 Natriumulfuricum hilft bei Verstopfung, Durchfall, Blähungskoliken, Gewebeschwellungen, nässende Hautausschläge, Atme, Bettnässen, erkältungsbedingte Entzündung, Neigungs- und Melancholie, Depressionen. Nummer 11 Silicea hilft bei Eiterung der Haut, Arthrose, Bandscheimerkrankung, Knochenschwund, Störung der Knochenbildung, Knochenhautentzündung, Sehnenerkrankung, Gefäßverkalkung, übermäßige Schwitzen, Blutergüsse, Haar- und Nagelbrüchigkeit, Atme. Nummer 12 Calcium-Sulfuricum hilft bei Haut- und Schleimhaut-Eiterung, Wachstumsstörungen, Rheumatischerkrankung, Funktionsstörungen der Leber, Entzündung von Lymphknoten. Nummer 13 Calium-Asinikosum hilft bei Entzündung der Haut und der Schleimhäute, Chronische Hauterkrankung, Menstruationsbeschwerden, Schwächezustände, Nervosität. Nummer 14 Calium-Rumatum hilft bei Entzündung der Haut- und Schleimhäute, bei Chronischer Rachenentzündung, Chronischer Husten, Physische Erregung und Erschöpfung, Schlaflosigkeit. Nummer 15 Calium-Iodatum hilft bei Störungen der Schilddrüsentätigkeit, Gelenkerkrankung, Fettsucht, Bluthochdruck, Niedergeschlagenheit, Schwäche, Kopfbildung und Häusperzwang. Nummer 16 Lithium-Cloratum hilft bei Gicht, Missstimmung, Depression, Chronische Müdigkeit, Abwehrschwäche, Harnsteine, Rheumatischerkrankung, Nervöse Herzbeschwirmen. Nummer 17 Manganum-Sulfuricum Allergien, Abwehrschwäche, Haut-, Haar- und Nagelerkrankung, Gelenkerkrankung, Arthrose, Osteoporose, Blutarmut, Knochenerkrankung. Nummer 18 Calium-Sulfuratum hilft bei Asthma, Unterstützend bei eitrigen Entzündungen, Abmagerung, Amalgamvergiftung, Rheuma, Erschöpfung, Schlecht heilender Haut. Nummer 19 Huprum-Asinikosum hilft bei Abwehrschwäche, Gelenk, Haar-, Haut- und Nagelerkrankung, Wahn- und Muskelkrämpfe, Asthma. Nummer 20 Kalium-Aluminium-Sulfuricum hilft bei Blähungen, Reizhusten, Trockene Schleimhäute, Leichte Depressionen, Übermäßige Schweißbildung, Verdauungsprobleme, Konzentrationsschwäche. Nummer 21 Huprum-Sulfuratum hilft bei Abwehrschwäche, Nervenschwäche, Unfruchtbarkeit, Schlafstörungen, Haar- und Hautprobleme, Prostataerkrankung, Niedriger Blutdruck. Nummer 22 Kalium-Carbonicum hilft bei Alterserscheinungen, Entwicklungsförderung bei Kindern, Übergewicht, Knochen- und Zahnerkrankung, Haut- und Schleimhauterkrankung, Krämpfe und Schmerzen, Allergien. Nummer 23 Natrium-Bicarbonicum hilft bei Sodbrennen, Stopfwechselschwäche, Wahnübersäuerung, Anregung der Bildung von Bauchspeichel, Alkoholkater, Trockene Haut, Apne und Gicht. Nummer 24 Arsenium-Iodatum hilft bei Apne, Allergien, Chronische Bronchitis, Asthma, Heuschnupfen, Gelenkerkrankung, Funktionsstörungen der Schilddrüse, Abmagerung oder Übergewicht. Nummer 25 Aurum-Chloratum-Natronatum hilft bei Herz-Kreislauf-Beschweren, Frauenleinungen, z.B. Menstruationsbeschweren, Schlafstörungen. Nummer 26 Selenium hilft bei Erschöpfung, Leistungsfähigkeit, Beschwerden der Leber, der Schilddrüse, der männlichen Geschlechtsorgane und der Haut. Nummer 27 Cariobicromicum hilft bei Arteriosklerose, Diabetes, Übergewicht, Entzündung der Atemwege und Magen-Darm-Beschweren. Es gibt noch eine andere Variante der Einnahme, welche ich Ihnen anhand der heißen Sieben zeigen werde. Man nimmt 10 Tabletten und tut sie in ein Glas. Wir übergießen diese mit heißem Wasser. Danach rühren wir es mit einem Löffel um, bis sich die Tabletten aufgelöst haben. Metalllöffel werden nicht verwendet. Weil er mit der natürlichen elektrischen Ladung des Minerals reagieren und dadurch die Wirksamkeit des Mittels verändern könnte. Danach wird es schluckweise getrunken und jeweils kurz im Mund gehalten. Dannach wird es schluckilon assezt. Dannach wird es schluckweise oft die